Hallo und herzlich willkommen zurück bei Force of Nations. Das geht sicher aus. Moment, Moment. Zwei Gold und fünf Rohleder. Das dritte Zauberbruch machen wir so auch noch. So, dann kann ich da das reintun. Sehr gut. Sehr gut. Bogenhammer. Ich werde aber auch nichts bringen. Probieren wir es mal so. Serious. Also gut. Meine Angriffsgeschwindigkeit schadet sicher nicht. Das brauchen wir jetzt nicht. Probieren wir es mal kurz. Einmal. Ja, okay. Es geht deutlich schneller, ja. Lass dich nicht rausboxen von dem K. Ah. So. So. Das war's. Das brennt sehr gut. Das war's. 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 Und, uh... Uh-huh. Ah... Puh. Komm in den Hall nicht hinterher. Oh... Oh... Yes, herp doll. Yes, herp doll. ouch das war ganz cool das war ouch das war ganz cool das war das war das war das war das war das war nein so wird das nichts du darfst dich von dem Kerl nicht rausdringen lassen ok ich brauche deutlich mehr Heilung was ich jetzt nicht versucht habe war mein Bogen so ich brauche Heiltränke könnten das Ding mal ausprobieren also davon brauche ich definitiv noch was so machen wir mal bitte 40 kermut satans ananas sagt ok schauen wir mal ananas ok perlmutt sollten wir auch genug haben ok 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 die Manna tränke müssen nicht reichen das ist nicht das Problem ok 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 nope ok ok war sogar rot 26 prozent probieren wir sie mal so 23 so dann gehen wir da mal mehr her 31 28 also wieder mehr in richtung dem da dann probieren wir es hier mal 18 prozent also probieren wir es mal hierher 32 dann probieren wir das hier 8 prozent 75 nein und probieren wir es eher mal so und so 81 immer noch 81 95 ok was das ist nur giftwiderstand na gut da bringt man ja gar nichts aber zumindest haben wir den trank jetzt auch mal gemacht gut ok jetzt gehen wir mal da zum alchimitisch ok ich brauche blauen schleim ich brauche pilzer zum kolosser und kalten kristall für die hier so hier kann ich aber gar nicht darunter legen die müssen da um sein so was hat man da ob ich ihn betäuben kann also hier 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 also hier mal hier hier ist das hier gab ist so eine erholung so heiltränke haben wir genug könnte es halt wirklich damit einmal probieren aber das problem ist halte ich da auch nicht lang stehen ich habe leider auch nicht gesehen wie viel der feuerdrang der feuerdings jetzt abgezogen hat wenn man das mal so ich kann Untertitelung des ZDF, 2020 Ne, also die 15 Schaden, da kann man vergessen Ne, also die 15 Schaden, da kann man vergessen Ne, also die 15 Schaden, da kann man vergessen Ne, also die 15 Schaden Oh 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 Ich dagegen tun, dass er mich rauchschmeißt Also Oh 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 Besser der kritische Schaden, bringt mir nix, Berserker, bringt mir nix, Panzer Oh Oh So Wir haben hier minus 25 Grad, aber es ist eh das mit der besten Rüstung Trinkt nix Oh 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 속 Oh Ich habe gerade das Feuerballbuch rausgeworden, das ist mir sehr gut Oh Shit. Anka. Broody on. Okay. So, ich würde sagen, das war es für diese Folge. Ich werde es mal weiter probieren. Sollte ich es schaffen, werde es das noch sehen. Aber im Moment fehlen mir echt die Ideen für den Link da. Also, vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.